Hi, hier ist Lars von AllAboutSamsung und hier haben wir jetzt mal das Samsung Galaxy Note 1 und das Samsung Galaxy Note 2. Und viele fragen sich ja jetzt, lohnt sich das Update? Naja, der normale Nutzer sieht erstmal nur ein 5,3 Zoll Display und hier ein 5,5 Zoll Display. Beide ungefähr mit der gleichen Auflösung. Hier haben wir 1280, hier haben wir mal 800, hier haben wir 1280 mal 720 Pixel. Theoretisch ist hier die Auflösung niedriger. Aber wenn ich jetzt da so drauf gucke, ganz ehrlich, mit einem bloßen Auge sehe ich keinen Unterschied. Beides ist ein brillantes Display, ich sehe keinen Unterschied und es sieht einfach gut aus, muss man so sagen. Es hat vor allem den Vorteil gegenüber Full HD oder so, dass es ein bisschen stromsparender ist. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Ansonsten, das Design ist jetzt an das Samsung Galaxy S3 angelegt. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Es ist ein bisschen, also man hat hier diese Silberner Leiste, die ist nicht so geschwungen wie beim S3. Hier hat man, naja, irgendwo auch sowas, aber es ist halt nicht so wie beim S3. Von der Rückseite vor allen Dingen ist ein ganz krasser Unterschied, ganz krasse Ähnlichkeit zum Samsung Galaxy S3. Wenn ich das mal daneben liege, da sieht man, das ist halt der große Bruder. Das ist das Samsung Galaxy Note nicht. Hinter der Haube, da hat sich auf jeden Fall was getan, weil hier haben wir noch einen 1,4 GHz Dual-Core-Prozessor hier drin, mit einem Gigabyte RAM als Arbeitsspeicher und hier drin haben wir einen 1,6 GHz Quad-Core-Prozessor in einem Smartphone oder Fablet oder wie man es jetzt auch immer nennen will und zwei Gigabyte RAM. Also das Ding hat Leistung en masse und wenn ich jetzt hier einen Quadrant laufen lasse, hier bringt er 5.700 Punkte, hier bringt er so knapp 4.000, also von der Leistung auf jeden Fall ein Unterschied. Was Samsung auch geändert hat, ist der S-Pen. Der S-Pen des Samsung Galaxy Note ist, naja, im Vergleich zu dem neuen S-Pen ein Witz. Weil der ist viel kleiner, dadurch ergonomisch schlechter, wenn man irgendwas schreiben will und so weiter. Der Button ist hier endlich mal findbar und die Gesten und so weiter. Hier drüber kann man was umstellen und so weiter und so fort. Also da hat Samsung wirklich was geändert. Der S-Pen gefällt mir um Längen besser. Man kann super damit schreiben. Also der ist wirklich herausragend. Gut, bei dem neuen Samsung Galaxy Note 2. Was hat sich sonst noch getan? Klar, die Software ein bisschen, aber ich schätze mal, da werden wir mit dem Samsung Galaxy Note auch bald ein Update kommen. Da tut sich dann bei der Software nicht so viel. Jetzt die Frage, lohnt sich das Update vom Samsung Galaxy Note zum Samsung Galaxy Note 2? Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe Fälle, wo das Samsung Galaxy Note an seine Grenzen kommt. Und gibt es. Bestimmte Spiele und so weiter, die laufen nicht ruckelfrei. Hiermit gar kein Problem. So viel Leistung, so viel Arbeitsspeicher ist definitiv ein Mehrwert. Ob das für den normalen Nutzer ein Update rechtfertigt, das kann nur jeder für sich selber entscheiden. Der S-Pen ist besser, klar. Das Display ist ungefähr gleich. Die Software wird mit dem Update auch ungefähr gleich sein. Aber die Leistung ist hier doch mal unter der Haupte deutlich besser. Und der Akku, da ich zeitig nochmal verwässert worden, 3100 mAh, hier nur 2500. Aber ein verbessertes Energiemanagement. Das heißt, es sollte auch noch länger halten. Ich persönlich finde das Note 2 sehr gelungen. Gefällt mir sehr gut. Aber es ist natürlich, wenn man es jetzt im direkten Vergleich von der Größe sieht, auch ein Ticken größer. Und irgendwann kommt auch meine Jeans an seine Grenzen. Irgendwann reißt das Ding. Also, das wird schon hart. Wir können das mal kurz testen. Einmal kurz gucken mit der Kamera. Das ist die Hosentasche. Es passt rein. Es passt in die Hosentasche. Auch wie der Samsung Galaxy Note. Klar, gibt es eine Boiler und so weiter. Und hier ist die Sicherung mit drin. Aber es passt. Finde ich immer einen wichtigen Test. Braucht sich... Das war eine Reaktion. Braucht man sich keine Sorgen machen. Also, es passt in die Hosentasche, wenn das Galaxy Note 1 reingepasst hat. Aber irgendwann ist halt die Grenze auch erreicht. Ich finde es sehr gelungen. Ob sich das Update wirklich lohnt, entscheidet es für euch selber. Haut mir die Kommentare unten bei YouTube rein oder halt in den Vlog. Ich bin der Lars von All about Samsung. Wenn ihr noch Fragen habt, haut zu mir rein. Wir lesen uns wieder. Ciao.